Hallo und willkommen zurück zu Death of Extinction. Wir machen jetzt die Mission Escape from the Butcher mit unserem vorgegebenen Team und das wird jetzt auf jeden Fall etwas anspruchsvoller. Wir haben 13 Fuel. Ich weiß es gar nicht, ob wir hier mehrere, wahrscheinlich waren hier auch mehrere Sektoren, aber hier wäre es jetzt, das sind glaube ich alle dieselbe Klasse dann schon. When taking damage increases attack damage for next turn. Und cut yourself and get a bonus, but start bleeding. Permanent increase to aim. Na gut, dann... Achso, was können die Verwachen nehmen? Ja, hier. Ja, das ist auch nicht so super. Also, die sind dann glaube ich so in Richtung Soldier. Da muss man dann überlegen, was besser ist. So. Dann gehen wir mal. Ja, spielt dann auch keine Rolle. Gehen wir hier hin. It seems this residential building was only recently converted into a hideout and you can see stacks of bodies belonging to citizens outside. Go in quietly. As you surface your sub and quietly make your way to the hideout, you hear a clink on the side of the sub. In a bottle. You find a message from a desperate merchant to appear to be held inside. Mhm. Dann gucken wir mal, wie viel unsere Leute hier drauf haben. Ähm. Hier sollten wir auf jeden Fall erstmal die Torrets kaputt machen. Mhm. Let's go. On your guard. Nur drei Leute zu haben ist natürlich auch etwas dünn. Ach, ich hab gar keinen, der einen AOE machen kann. Dafür ist das hier natürlich dann schon sehr tödlich. Auf jeden Fall. Auch die Torrets kaputt machen kann ich. Ah, ich kann auch einfach da drauf ballern. Mhm. Mhm. Mua. Mhm. Ähm. Mhm. 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 Mua. Mhm. Ja, ja, ich bin jetzt hier drin. Der ist auch hinter Deckung. Hier war noch einer. Ja, sehr schön. Okay, das war jetzt nicht so viel. Zwei Gegner hat man ja sonst nie, aber ja, wir sind auch nur mit drei Leuten unterwegs. Das scale halt an der Gruppe. Auf der linken Seite. Dann machen wir den hier auch mal kaputt noch. Heading out. At once. Jo. War da noch einer? Nein. Let's go! Mhm. Ja. Dann müssen wir aber auch noch die Geschütze jetzt kaputt schießen. Mhm. Ja. Mhm. Okay, sehr gut. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Das ist auch keine Granate mehr. Das lohnt eigentlich dann auch nicht. Ich glaube, die sind miteinander beschäftigt. Dann machen wir hier wirklich jetzt das Feuer aus. Mhm. Mhm. Joder. Ah, shit. Ah, pickups. Ah, Mist. Ah, Mist. Mhm. Mhm. Dann... Naja, ich muss mit allen rüber. Ach, der kann nicht. Ah, das ist natürlich jetzt auch nicht gut. wofürlich ist ja. Oh, was ist denn? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Der ist jetzt auch wieder hier sehr schlecht. Der macht dann das Feuer aus. Der muss jetzt den wegpusten. Aha. Wir können einmal nachladen. Der, der muss weg. Mhm. Das ist beides wenig. Wenn er sich aber jetzt nach vorne bewegt, wird er angeschossen. Sehr gut. Okay. So ein bisschen durch die Wand geschossen. Mhm. Den sollten wir doch jetzt hoffentlich auch noch bekommen. Ne. Äh. Ah. Okay, der muss sich jetzt ausmachen. Das Ding lebt noch und der hat keinen Schaden bekommen. No Ammo, scheiße. Puh, Overwatch ist an. Das ist auch 0%. Ah, ihr Gimps. Der bleibt bei Overwatch. Dann machen wir das Ding kaputt jetzt. Kann sein, dass ich da jetzt noch mal weitere Gegner getriggert hab. Ich fürchte, da kommen jetzt noch mehr raus. Und jetzt hab ich natürlich so oder so ein Problem mit nur zwei Leuten. Na super. Ach so. Hingen wir. Hm. Da müssen wir den jetzt direkt umpusten Damit wir nur den Schuss von dem anderen reinbekommen Sonst hätten beide geoverwatcht Ja, das ist aber jetzt hinter dem 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 Reload und 24 Prozent Na gut Äh, okay, das war jetzt so nicht geplant Lebt aber noch Hier, Stylish Head, sonst wird man jetzt nicht viel nutzen Wir müssen jetzt noch gucken, dass wir den Merchant finden Ich brauche einen Medik Scheintend jedenfalls, ja, das mit diesem Merchant ist ein bisschen seltsam Weil eigentlich die Mission ist, alle umzubringen Target acquired Nehmt einen Medik Und wenn ich jetzt da hinten den Kanister aufgesammelt hätte, wäre es auch vorbei Merchant Aber ich habe noch null Geld Von daher ist das alles ziemlich sinnlos Äh, ja Ich glaube, das war aber dann auch der Schwächste Das hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt Schlussendlich will ich ja mein Team aufbauen Capture the Stronghold Hmm Particularly tough group You charge forward, but the raiders see you coming And fire a barrage of artillery at your sub Ignoring the sickening crunch of impact To your hull, you push down the throttle And reach the base You're in for a tough fight Heading out Ach, da sind zwei Da unten ist nur noch eins In position Position hier ist ein bisschen uncool Geh mal da hin Na gut Da unten war noch einer Den müssten wir halt auch irgendwie erledigen Ah, okay Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha In position Aha Ha, ha, ha Okay Habe ich nicht verklickt Keep them coming Aber das wird jetzt hier Möglicherweise etwas Brutal Ja Hmmm. Jaaaah. Hmm... On the move! No way! On the move! Uh-huh. Heading out! Okay. Schön. Der stirbt dadurch aber nicht. Power. Hm... Warten wir mal. Es war der aber unter ihm, der da diese Animation hatte. Dann machen wir jetzt noch den. Target eliminated. Mhm. Mhm. Got your six. Move! Ja, ich muss halt alle umhacken. Okay. 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 On your guard! On the move! On your guard! In position! Wir nehmen mal den auch noch. Da ist niemand. Doch. Das hier. Okay. Da geh ich aber lieber nach Hause. Ah-ha. Sehr schön. Ah-ha. Sehr schön. Hm... Hm... Ja, das ist auch gut. Ja, das ist auch gut. Hm... 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 Der ist nicht der klügste. Oh, okay. Okay. Ah, das war ein... Naja... Einer, der viel aushält. Ah, der sehr viel aushält. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich den töten soll. Das sind zu viele Hitpoints. Ja. Da. Oh, fange ich an zu brennen. Hmm... Critical Chance. Cutter. Da ist anscheinend noch mehr. Puh... Okay. Laufen. Okay. Laufen. Mhm. Der kann da nicht gescheit weg. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Bleed jetzt... an... dauert. Anscheinend... hält er nicht mehr an. Ich brauche einen Medik. Ich brauche einen Medik. Sehr gut. Sehr gut. 16 Credits. 16 Credits. Der pustet den wahrscheinlich mit einem Schuss weg. need medic. Dann... laufen wir jetzt mal. Ermitteln. Requesting support. Wobei es halt schon sehr nett wäre, dieses Ding da zu bekommen. Was auch immer das ist. Könnte ich auch einsammeln. Wenn ich da jetzt drüberlaufe mit einem Schritt. Aha. Ja, gib es nicht. Ich brauche einen Medik. Heading out. Requesting support. Mission completed. Jo. Werde ich auch direkt vom Anfang an fliehen können. Ich weiß jetzt nicht, was mir das gebracht hat, die zu töten. Nehmen wir diesen permanenten Bonus mit. Gibt dem Übrigen auch Hitpoints. Also das ist schon sehr gut. Na gut. Ja, wollen wir mal weiter. The waters seem relatively still, but in the distance you can see pirates patrolling the waters around what appear to be radar-controlled facilities. Ich werde jetzt einfach mal weiter. You're not, you've got enough problems as it is, you don't need to add pirates and radars to the list. Ich werde jetzt einfach mal durch und gucken, wie weit ich komme. Raiders spend less time storing weapons than they do using them, so there is usually little to find in these weapon caches. However, that doesn't mean it isn't worth a look. Leave the area. Namory is a tempting target, but also dangerous when weapons are gained in other ways. leave. Leave. We müssen dahin. Mhm. Though raiders are rambuctions when taking a facility, they are often not thorough. It's like you may still find something inside, even that something is only more raiders. Explore the building. Okay. Was ist jetzt der Grund, dass ich das nicht machen sollte? Ich kann ja jetzt einfach hier rein. Oh, rescue the hostage. Das sollte ich vielleicht sowieso machen. Aber theoretisch hätte ich ja jetzt hier einfach wieder rausgekonnt, um so einfach mal diese Mission mir anzugucken. Was ist jetzt eine Granate? Ja! Wo ist das? Ich muss noch mal rausgekommen. Mhm. Gut möglich, dass die jetzt eine Granate werfen. Mhm. Ich kann die! Mhm. Ich kann die! Ich kann die! Ich kann die! Ich kann die! Aber auch, die! Hmmmm Okay Man merkt natürlich auch, dass hier deutlich weniger Gegner sind. Hier oben war jedenfalls nichts, ach so, Karte. Hier oben war jedenfalls nichts, ach so, Karte. Und da oben ist auch noch einer. Und weg komme ich da auch nicht mehr. Ich könnte natürlich da hin. Das sind zu viele, zu viel Schaden. Aha. Womöglich, dass der aber jetzt schießt. Ja, wo du gehörst. Sehr schön. Sauber. Das muss reichen. Dann lassen wir ranlaufen. Brennt auch leider niemand. Krippels. Sehr gut. Jetzt wird es aber schon sehr eng werden. Hm? Target acquired. On the move. On your guard. In position. At once. Mhm. Kommen wir jetzt darauf an, ob da Gegner drin sind oder nicht. Geht's? Geht's! 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 Ne Caratere sind halt zu langsam. Also ich hab hier kein... Kein gutes Team an Leuten, weil die alle ja dasselbe können oder halt gar nix können, je nachdem wie man es sieht. Ach, die sind noch nicht aktiviert Sehr schön Da ist noch einer So schon hart genug Ja, ich weiß nicht, wie der das überleben soll Oder wie einer von beiden das überleben soll Sobald einer da runterläuft Und das wird einer Sind meine Leute im Eimer Damit habe ich jetzt noch nicht mal gerechnet Ich gucke mal, ob ich von der anderen Seite rankomme Aber im Grunde kann ich das ganze Objective auch wieder neu anfangen Ich muss erst mal versuchen, ob ich einfach durchkomme Und dann mal gucken, ob ich Mit Ja, eventuell dann einfach Glück habe Man muss quasi Ja, ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen Aber ich habe das ja auch beim anderen Team Bin ich ja auch einfach nur durchgefahren Und da hat es auch gepasst Ja, der wird das niemals überleben Oh, der brennt Und der brennt auch Oh, er brennt nicht mehr Tod Mission failed Ja Kabams Escape from the Butcher Maybe another Raider will want to defect to the Republic Escape from the Butcher Launch Ja Dann machen wir das jetzt einfach mal Carry some fuel Your risk pays off As you now have a little extra fuel To help you on the long journey Ja Und jetzt werden wir einfach mal Den Direktesten Weg machen Oh, pay for For a new recruiter Wenn man überhaupt kein Geld Leave the area Ja Have the Butcher negotiate As you sub Docks There is a brief moment Where the Raiders And your team Both look like They might draw their weapons After a moment That feels like an eternity The Raiders relax And lead you inside It seems they are looking for a team of mercenaries To help them disable the security to a vault They offer half the credits As compensation Reject the job You deem the job as unworthy of your time Time to get out of here Yeah, wäre jetzt natürlich cool wenn ich Geld hätte There is definitely some money to be made From selling weapons To the constant fighting radar gangs Hail the merchants up Jetzt habe ich haufenweise fuel Aber nichts Was ich ausgeben könnte Äh, haufenweise Also fuel zum kaufen Ja, leave 9 ist halt nicht viel Wir werden also zwangsweise Auch kämpfen müssen Explore the building No, try to leave the area Wir können auch explore the building machen Strange ancient building You find several sacks of fuel cans in the corner It seems that these people were going through a bad time as well Okay Let's Hier hin Ist auf jeden Fall sehr direkt You can see floating platforms With the skulls and spikes That are typical of radar gangs The water around this area Let's Off a mysterious green gas Of unknown origin Explore the area Okay Dann werde ich jetzt aber einfach wieder Ich werde das fuel einsammeln Und dann werde ich hier einfach wieder weglaufen Ähm Ach, da unten ist auch noch was Okay, dann machen wir das anders Dann bringen wir den um Ach, das war gar kein fuel Da unten ist Okay Fahrzeug Ah, jetzt habe ich andere Leute Mit Shotguns Was Aber nicht gerade besser ist Heading out Hmm Go, go, go Keep them coming Peer credits Natürlich jetzt so eine Sache Weil der Shotgunner komplett unnütz ist Move We're under attack Now we've got Noch stehen sie zusammen Throwing grenade Na, leider tötet das aber niemanden Die Granaten sind gegen die halt jetzt nicht so wahnsinnig Toll Throwing grenade Hmm 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 Aber die haben mehr Hitpoints. Und jetzt geht's. Na, warten Die Laufreichweite ist halt auch so lächerlich Oh, oh Ah, sehr schön Gut Es besteht natürlich die Gefahr Dass ich dem dann auch die Deckung kaputt mache Jawohl Gut gegangen Schön Ja, das war dann schon nix Ja, das ist, ähm Das kann ich eigentlich, äh, kann ich dann auch schon wieder aufhören und meine Leute töten lassen Die Nahkämpfer sind halt einfach in dem Spiel extrem unnütz Naja Ja, viel Schaden machen sie, aber Nutzt halt auch nichts, wenn man an die Gegner kaum rankommt Weil wenn die Laufgeschwindigkeit von denen halt auch noch so super niedrig ist, dann Der Laufreichweite oder wie man es nennen will Ja, komm Töte mich Töte mich Moment, ich muss nachladen Ja Ja, äh, wie gesagt, ähm Ja, beim nächsten Mal werde ich dann, äh, wirklich einfach nur durchflitzen Und, äh, ja, wobei gerade die Möglichkeit wollte ich ja schon nehmen Und das war jetzt einfach nur ein bisschen blöd Weil ich da nicht mitgerechnet hatte, dass die beiden Schrotflinten haben Das war schon, naja Okay, gut Dann mache ich hier einen Schnitt Und dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir da einfach nur durchrasen, wenn es denn geht Also, bis denne Bis zum nächsten Mal